Na alle zusammen, hier ist wieder heute La und heute bin ich wieder für euch im Pandamix unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal das Leveln im Pandamix anschauen und da will ich euch zeigen, wie ihr das möglichst effizient machen könnt. Dazu sei erstmal gesagt, ihr könnt den Umhang, den ihr ja am Anfang von der ersten Quest kriegt, Umhang des ewigen Potenzials, den könnt ihr ja ein bisschen erhöhen mit so Fäden und zwar könnt ihr da zum einen die Main, Second und Terziger-Stats erhöhen, aber auch die prozentuale Erfahrung und das ist ja ein dauerhafter Stat, heißt ihr könnt dauerhaft mehr Erfahrung kriegen. Ich habe jetzt hier auf dem Char 600%, also ihr seht, das geht über diese 300 irgendwas Prozent, die es ursprünglich quasi auf dem PTR mal hieß, dass man die kriegen kann, das Ding scheint auch endlos zu sein. Ich kann das jetzt auch tatsächlich noch weiter erhöhen, selbst auf Stufe 70, bringt natürlich nichts, weil ich nicht mehr weiter aufsteigen kann, aber für den einen oder anderen, der jetzt seinen ersten Char levelt oder auch Twings, dazu kommen wir nachts auch gleich noch, kann das einiges bringen, wenn man das gezielt farmt. Diese Stat-Upgrades kriegt man ja durch alle möglichen Aktivitäten, wenn ihr einen Boss umhaut, wenn ihr questet, eine Quest abschließt, wenn ihr Mobs umhaut, kriegt ihr sogenannte Fäden und diese Fäden erhöhen einen von diesen Random-Stats. Das kann auch Erfahrung sein, im Low-Level ist es meistens aber immer nur ein Prozent und da das ziemlich random ist, ist es halbwegs selten, dass ihr die Erfahrung hochkriegt. Ihr könnt das aber gezielt farmen und wie das funktioniert, will ich euch mal zeigen. Wir können über mehrere Wege fixe Erfahrungswerte kriegen, also Plus-Erfahrung, zum Beispiel ein Weg ist der LFR und hier ist es so, dass ihr in jedem Teil, wenn ihr ihn abschließt, ein fixes Token kriegt, wo ihr dauerhaft sieben Prozent mehr EP kriegt. Und ihr seht, das sind einige LFR-Teile. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn LFR-Teile mal jeweils sieben Prozent EP und die könnt ihr täglich abschließen. Also wir können mal rechnen, dreizehn mal sieben. Ihr könnt, wenn ihr jeden LFR habt, schließt schon mal pro Tag 91 Prozent mehr EP auf den Umgang holen. Jetzt könnt ihr natürlich nicht mit Level 1 den LFR anmelden, aber ihr könnt im Low-Level tatsächlich da schon rein. Und zwar sind die Mindestanforderungen für die einzelnen LFRs, zum Beispiel Mogoschan-Gewölbe, ist Stufe 25. Ihr startet ja mit Stufe 10, also ihr müsst 15 Level quasi spielen, dann könnt ihr schon den ersten LFR anmelden. Mogoschan-Gewölbe könnt ihr mit Stufe 25 machen, Herz der Angst könnt ihr ab Stufe 35 machen, Terrasse könnt ihr dann ab Stufe 40 machen, Thronus-Dollars ab Stufe 50 und Schlacht um Okrema ab Stufe 60. Und jetzt ist es so, dass ihr wie gesagt jeden Tag einmal jeden Teil laufen könnt und dann diese Belohnung täglich abschließen könnt. Ihr könnt den Teil auch mehrmals laufen, aber ihr kriegt ja nur noch Boss-Loot und keine tägliche Abschluss-Belohnung. Jetzt ist es aber so, dass ihr nicht nur die LFRs laufen könnt, sondern auch andere Schwierigkeitsgrade. Jetzt rechnen wir das erstmal noch kurz durch. Wenn ihr alle LFRs lauft, also immer 7 mal die 13 LFRs, hättet ihr alleine da schon mal 91%, die ihr täglich hochbasteln könnt. Natürlich am Anfang können ja nicht alle laufen, aber das wird ja nach und nach. Das ist das eine. Das andere ist, ihr könnt auch schon im Low-Level Normal Rates laufen und zwar mit denselben Level-Bedingungen. Heißt, ihr könnt auch mit Stufe 25 nach Mogoschan normal reinkommen. Und tatsächlich skaliert man im Low-Level sehr gut. Ihr macht tatsächlich mit einem frischen 25er Char, macht ihr mehr Schaden als mit einem frischen 70er Char in den Rates, weil ihr tatsächlich besser skaliert. Und die Normal Rates, zumindest die ersten paar, sind sehr einfach. Also ich würde behaupten, die ersten, also Mogoschan-Gewölbe, Terrasse und Herz der Angst, da müsst ihr auch nichts wissen, die Bosse fliegen einfach um. Thron des Donners ist ein bisschen tricky und Schlacht um Urgrima ist eigentlich auch easy. Aber die Sachen könnt ihr ja easy so laufen. Jetzt ist das so, im Normal kriegt ihr nicht, habt ihr ja keinen LFR, den ihr abschließen könnt, sondern nur Bosse, die ihr tötet. Und hier kriegt ihr pro Boss 12% mehr EP. Jetzt können wir mal rechnen. Im Mogoschan-Gewölbe sind es, glaube ich, 6 Bosse, wenn mich nicht alles irrt. Ja, können wir hier mal auf Rates gehen. Also Mogoschan-Gewölbe, genau, das sind 6 Bosse. Und ihr kriegt von jedem 12%, warte, ich ziehe euch mal den Rechner rein, dann könnt ihr es ein bisschen mitverfolgen, 12%, habt ihr schon mal, wenn ihr einmal da durchlauft, 72% mehr EP. Dann ist es so, dass im LFR die Bosse bringen kaum EP. Ihr kriegt am Abschluss, glaube ich, ein bisschen über 10.000 EP. Also im LFR bekommt ihr quasi durch den Trash ein bisschen was, die Bosse ganz wenig und durch den Abschluss so bis zu 10.000. In den Raids geben die Bosse extrem viel EP. Ich habe zum Teil mit einem Char, wo ich gelevelt habe, für jeden Boss ein Level bekommen. Also ich bin da reingegangen, habe ein Level abbekommen und 12% mehr EP. Nächsten Boss getötet, Level ab, 12% EP. Oder ein Dreiviertel-Level habe ich immer gekriegt. Und es hat bei mir gereicht, dass ich durch die Boss-Umhauen so viel aufgestiegen bin, dass ich dementsprechend schon dann den nächsten Raid laufen konnte. Und im nächsten Raid haben wir, glaube ich, nochmal 6 Bosse. Also kriegt ihr nochmal 72%. Wenn ihr die dann auch nochmal umhaut, dann habt ihr schon 144% plus das, was ihr halt noch aus dem LFR kriegt. Dann könnt ihr in den nächsten Raid gehen, haut wieder die Bosse um. Und am Ende, als ich die ersten drei Raids gemacht habe, plus noch ein paar LFRs, war ich schon bei knapp, ein bisschen vor 300%. Und dann seid ihr hoch genug, dann könnt ihr in den nächsten Raid reingehen. Also theoretisch könnt ihr an einem Tag, wenn es gut ausgeht, die ganzen LFRs machen und die normalen Raids und damit halt euren Schar hochballern. Also das so ein bisschen als Tipp. Und so bin ich auch auf die 600% EP gekommen. Vor allem, wenn ihr halt dann diese Bonus-EP habt, dann bringen euch die Bosse halt wirklich ein Level. Sonst, wenn ihr natürlich das nicht habt, dann, naja, bringen sie halt dementsprechend weniger. Also das ist so ein bisschen der Tipp meinerseits. Schaut, sobald ihr 25 seid, dass ihr in LFR geht, normal geht, die Raids, die ihr laufen könnt. Und eigentlich müsste es schon ausreichen, dass ihr dann in das nächste Bracket kommt, dass ihr da mit 10 Level macht und dann direkt im Herz der Angst wieder LFR normal machen könnt. Und wenn es nicht reicht, könnt ihr es am nächsten Tag wiederholen, die Geschichte. Es ist ja, wie gesagt, alles täglich. Und dann, ja, müsst ihr das eigentlich gut hinhauen mit dem Level. Genau, das ist jetzt so der eine Tipp. Der andere Tipp für Twings noch ist das Achievement Unendliche Wacht. Und zwar ist das ja mit dem Umhang, wo man diese Fäden sammeln muss. Am Anfang sitzt es 40, da schaltet ihr das frei, dass quasi eure Zweitcharaktere schon mal mit einem gewissen Umhang Fäden Level starten. Also die haben dann schon ein paar Grundstats. Und das steigt immer weiter an. Das höchste Achievement ist 4200 Fäden. Das ist gar nicht so viel. Ich habe jetzt, glaube ich, mit dem Char nach 3-4 Tagen knapp 30.000 Fäden, also 4200. Das hat man relativ schnell nach dem Leveln auch schon drin, wenn man ein bisschen was macht in dem Spiel. Und ja, ich kann euch mal zeigen, mit was dann die Twings starten. Das gilt leider aber nur für Twings, die man danach erstellt, nachdem man sie Chiefment hat. Also die, die man vorher erstellt hat, die kriegen den Buff irgendwie nett. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Und zwar habe ich jetzt hier einen neuen Char erstellt, den ich nachher auch wieder löschen werde. Aber jetzt zu Demonstrationszwecken. Also der ist jetzt ganz frisch erstellt. Der kriegt dann quasi mit Start schon 1500 Mainstand. Das ist jetzt hier ein Marge, deswegen hat der Int. Dann 750 Ausdauer. 150 Vielseitigkeiten. Und was natürlich am interessantesten ist, der startet direkt mit 100% mehr EP. Also der kriegt schon mal doppelte EP. Und wenn ihr dann auf Stufe 25 seid und diese extra EP Sachen euch holt, dann geht es dann damit nochmal schneller. Weil ihr ja dann eh schon die 100% Grund-EP sowieso schon habt. Und wenn ihr dann normal Bosskills macht, dann fliegt ihr quasi einfach nur auf Max-Level hoch. Genau. Das sind die Sachen, die ich euch so zeigen wollte. Falls ich jetzt noch irgendwelche Tipps übersehen habe oder ihr noch andere Vorschläge habt, schreibt die gerne noch in die Kommentare. Es ist natürlich auch komplett fein, wenn ihr einfach nur über Quests levelt, weil ihr sagt, okay, ich will jetzt nicht in die Raids reingehen. Aber wie gesagt, die sind sehr einfach. Selbst für Leute, die sonst nicht raiden, ist das eine easy Angelegenheit. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einen Char schnell hochspielen wollt. Jutti, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gerne wieder im nächsten Video. Euer Taylor. Bis dahin. Ciao.